Radio 1 Hörbar Prost Ach, ich hoffe, dass es einigen von euch und Ihnen so geht wie mir. Guten Tag erstmal, die Eurythmics. Ich habe, oh Gott, ich glaube, ich habe alle Alben und diese Alben haben wirklich mit allen möglichen Songs funktioniert. Da ging es nicht darum, die Hits sich anzuhören, sondern ein Stück wie Conditioned Soul, wundervoll, großartig. Also Eurythmics, herzlich willkommen zu Hörbar Rust als Radiosendung sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und als Podcast, wann immer Sie möchten. Wir haben eine große Auswahl. Sie haben immer die Möglichkeit, eine Sendung bleibt immer ein Jahr online. Und dann kommt eine neue hinzu und dann rutscht hinten eine weg. Und ich habe jetzt nicht mehr genau den Überblick, was jetzt da hinten gerade wegrutscht. Aber ich kann Ihnen sagen, was Sie sich anhören können. Zum Beispiel Joy Dinalani, Iris Berben, Jeppe Hain, Finn Kliemann, Franziska Weiß, Fritz Kahl, Igor Levit, Desiree Nostbusch, Henry Hübchen, Sophie Passmann, Atze Schröder, Afrop, Barbara Sukhova und so weiter und so fort. Also eine sehr, sehr bunte, schöne Mischung. Und das hier ist mein Gast heute. Radio 1. Hörbar Rust. Heute mit Katharina Große. Zu Gast ist also heute eine der bedeutsamsten zeitgenössischen Malerinnen. Aber auch als Wettergöttin würde sie eine gute Figur machen und hätte viele Fans. Denn ihre Arbeiten erinnern an Wetterleuchten, Farbexplosionen, großflächige Meskalinfantasien. Viele Fans hat die in Bochum aufgewachsene Künstlerin, aber auch so. Mit großes aktueller Ausstellung im Hamburger Bahnhof, einem Berliner Museum, sprengt sie jeden Rahmen. Und das ist keine Plattitüde. Die Besucherinnen und Besucher sind gleichermaßen fasziniert davon, sich in diesen überdimensionalen Rausch zu begeben. Wände, Decken, Böden, alles lockt und leuchtet. Die Kunst der 59-Jährigen, die längst in allen bedeutsamen Kunsthäusern weltweit ausstellte, ist sinnlich. Und ihr haftet trotz aller Farbkraft nichts Dekoratives an. Mal sehen, ob es in diesem non-visuellen Medium hier gelingt, Ihnen die Person Katharina Große näher zu bringen. Keine Farben, keine Flächen, nur Töne. Ja, herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Ja, hallo, grüß dich. Wir haben uns kennengelernt vor ungefähr einem dreiviertel Jahr oder vor einem Jahr in der Galerie von Johann König. Und ja, jetzt bist du hier. Ich freue mich, dass du diese riesengroße Ausstellung hast, auf die wir versucht haben, mit ein paar Worten schon mal zu skizzieren. Aber dort zu sein und es zu erleben und durch diese Farben und an diesen Konstrukten vorbeizulaufen, ist schon noch mal was ganz anderes. Und das wird wahrscheinlich verbal. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Kann man das verbal vermitteln? Ja, man kann über alles sprechen, was man da erlebt und sieht. Und ich glaube ja, dass die Arbeit auch ihre Existenz hat in allen möglichen Medien. Ja, also im Gesprochenen, im Geschriebenen, im Fotografierten, im Gefilmten. Aber das Sehen der Arbeit, das da drin rumlaufen, ist noch mal wirklich der erste Kontakt und das Direkteste, würde ich sagen. Gibt es eine verbindliche Definition für Kunst? Nein, gibt es nicht. Aber jeder Künstlerin oder jeder Künstler versucht natürlich für sich zu sagen, was das ist. Und ich würde sagen, dass es die einzige Realität ist, die sich überall hineingraben kann, unabhängig von der Funktionalität. Es wird ein paar Mal passieren in dieser Sendung. Das ist für die Leute, die im Kunstbetrieb zu Hause sind, vielleicht ein bisschen schwerfällig, nervig. Aber ich werde ein paar Mal nachfragen, weil es schon für Menschen, die sich nicht so sehr mit Kunst beschäftigen, nicht auf dieser auch intellektuellen oder abstrakten Ebene, ist es vielleicht ein bisschen schwer. Also für mich auf jeden Fall. Ich bin ein paar Mal ausgestiegen und musste mir eine Sache noch mal anhören oder durchlesen oder angucken. Kannst du mir erklären, was du damit meinst? Kunst ist eine Realität, die sich, wie hast du es genannt? Ja, die sich überall hineinschleichen kann, um uns zu helfen, das Leben irgendwie zu betrachten oder Entscheidungen immer wieder neu zu fällen. Das ist meine Auffassung davon. Also ich glaube, dass es eben ganz toll ist, dass Künstlerinnen und Künstler immer wieder Vorschläge machen für Situationen, wo wir vielleicht, wenn wir nicht daran arbeiten in dem Bereich, keine Zeit haben dafür. Weil wir so aufgefressen werden von der Idee, dass alles so funktionieren muss und Sinn hat und auf ein Ziel zusteuert. Und ich glaube, dass die Kunst der einzige Bereich ist, der sich damit beschäftigt, dass wir diese Dinge nicht so genau sagen können. Dass die Welt, in der wir leben, eben doch schillernd ist und vieldeutig und auch nicht so funktional oder materiell. Also das künstlerische Denken hat so viele Elemente und steuert immer wieder neue Perspektiven bei. Zum Beispiel im Hamburger Bahnhof, wenn wir da das Gelände anschauen hinter der Halle, mit den Rieghallen, dem Museum und dann eben auch den Wohnhäusern, die da neu gebaut sind in den letzten zwei, drei Jahren. Da denkt man ja, da gibt es eine Grünfläche dazwischen. Das ist so. Das kann gar nicht anders sein. Das hat jemand geplant und das ist vollendet. Das ist fertig. Und dann mache ich da eine Malerei rein und plötzlich ist es überhaupt nicht mehr verendet und überhaupt nicht fertig und überhaupt nicht frei von Diskussionen. Im Gegenteil. Genau. Also frei von Diskussionen ist diese Ecke sowieso nicht, weil da ein riesengroßes Quartier entstanden ist. Euro City heißt das, glaube ich. Heißt das Euro City? Oder Europa City oder so ähnlich. Gleich beim Bahnhof, wer sich in Berlin nicht so gut auskennt, das ist wirklich ein Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt. Sehr, sehr viele Häuserwohnungen entstanden. Und da ist da eben auch der Hamburger, der sogenannte Hamburger Bahnhof. Und wenn du sagst, du malst das dahin, ja, man muss sich wirklich vorstellen. Deswegen habe ich auch mit Mescalin-Fantasie gesagt, das ist schon, wer deine Kunst nicht kennt, wird sehr, sehr überrascht sein. Das ist schon ein wirklicher Rausch. Der hat nichts damit zu tun, im Zweifel, dass man sich so eine Leinwand vorstellt, obwohl du auch auf Leinwände malst. Da kommen wir ja später noch zu. Sondern du sprengst herkömmliche Rahmen, Begrenzungen. Und trotzdem würdest du, das habe ich aus einem Interview heraus gehört, sagen, dass du immer noch dich innerhalb eines Rahmens bewegst. Ja, ich würde ja nicht sagen, ich spreng da was. Also mir kommt das nicht so vor. Also ich sehe, ich habe die Einladung bekommen, eine Ausstellung zu machen für den Hamburger Bahnhof von den beiden Kuratoren des Hauses. Und ich habe dann unterschiedliche Interessen bei denen gespürt, die zu der Einladung geführt haben. Und dann gibt es natürlich, muss ich das so überlegen, was da möglich ist, dass es auch diesem Vorhaben entspricht. Also das heißt, thematisierst du das dann? Du merkst, also der eine will das, der andere will das oder die will das. Und es ist dann so, dass man, würdest du dann sagen, dass du einen Kompromiss eingehst mit dem, was du machst? Oder würdest du sagen, tja Leute, ihr habt mich angesprochen, jetzt müsst ihr mich aber auch laufen lassen? Ja, alles von dem. Also einen Kompromiss würde ich gar nicht sagen. Aber ich denke, dass ich nicht die Einzige bin, die Einfluss darauf hat, wie die Arbeit wird. Sondern ich glaube wirklich, dass es so ein großes Feld ist, wo alle Spieler sich am Anfang so versammeln. Also das ist zum Beispiel Udo Kittelmann und Gabriele Knappstein, die beiden Einladenden. Dann natürlich auch mein Team, die Leute, die im Museum arbeiten, dann diese Häuser da draußen, der Architektur, der Wind, das Wetter, die Menge der Farbe, die Menge der Tage, das Budget und alles spielt mit. Und mal hat das eine, mal das andere die Oberhand. Und es gibt natürlich bestimmte Momente, wo ich dann sage, oh, wenn das nicht mehr zutrifft, dann kann ich es nicht machen. Aber es ändert sich ständig in der Planung, was möglich ist. Insofern ist das auch total unterhaltsam, sich mit den Gedanken der anderen oder den eigenen ständig zu beschäftigen, weil sie sich gegenseitig bespiegeln. Aldous Harding hast du mitgebracht. Horizon heißt der Song. Erstmal fiel es dir leicht. Würdest du sagen, dass diese Songauswahl mehr oder weniger Etappen deines Lebens spiegelt? Ja, das hast du dir ja gewünscht. Und ich habe dann wirklich nachgedacht, wie mache ich das? Weil ich das nicht so in einem, ich sehe das nicht so in Etappen. Weißt du, wenn ich über mein Leben nachdenke, dann ist das wirklich so ein großer Mischmasch. Und das kommen immer wieder auch Sachen aus der Vergangenheit hervor, die dann so wie ganz präsent werden und dann in der Jetztzeit auch eine Rolle spielen. Deshalb kann ich die gar nicht so richtig wegpacken. Aber die Aldous Harding ist aus dem Grund für mich so ein ganz großer Wunsch gewesen, weil ich eben einen Teil meines Lebens auch in Neuseeland verbringe, weil meine Freundin Neuseeländerin ist. Und ich habe dort mittlerweile, ich fahre schon seit 20 Jahren dahin, und habe da ein sehr, sehr schönes kleines Atelier auf einer Klippe und liebe dieses Land sehr und auch die Leute. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie die das machen, dass sie immer wieder unglaubliche Personen hervorbringen. Ja, so eine kleine Gruppe von Leuten, vielleicht sieben Millionen leben dort. Und es gibt ja immer wieder tolle Dichterinnen und Dichter und Schriftstellerinnen und Erfinder. Und dann sind sie ganz großartige Segelbootingenieure und Architekten. Und die Aldous Harding ist eben auch eine ganz, ganz tolle Singer-Songwriterin, die mir unheimlich gefällt. Also Lorde war ja ein richtiges Phänomen, also buff, 16-jährig, kommt als Wunderkind da plötzlich und hat Grammys in der Hand nach einem Jahr. Aber die Aldous Harding ist ganz besonders. Die hat einen ganz großen Sinn für Theatralität und beißt so die Wörter auseinander, wenn die manchmal singt. Das gefällt mir unheimlich gut. Let me put the water in the bowl for your wounds, babe. Let me fill you up with the fingers of love, you can't lose, babe. When you watch me play, does it feel bad, darling, when they choose me? Aldous Harding, Goddard's Horizon. Zu Gast in der Hörbar ist heute Katharina Grosse. Sie ist Künstlerin und wir schauen uns mal an, woher du kommst, wie das alles gelaufen ist in deinem Leben. Im Oktober 1961 bist du in Freiburg, im Breisgau zur Welt gekommen, wurdest aber in Bochum groß. Wie kommt das, warum? Ja, meine Eltern sind nach Bochum gezogen, weil mein Vater an der Ruhr-Universität Bochum einen Ruf bekam. Der ist Altgermanist gewesen und dann war ich, glaube ich, sechs oder fünf, da sind wir nach Bochum gezogen. Hast du eine aktive Erinnerung an die Zeit davor? Ja, ganz bisschen. Also so irgendwie der Garten hinterm Haus hatte Stachelbeeren, das weiß ich noch. Und es gab Schnee und es gab einen Balkon, von dem man auf die Straße gucken konnte. Und eine Heizung, die mit Holz befeuert wurde, ein Kachelofen. Ah ja, okay, welche Farbe? Weiß. Du magst Schnee. Ja. Ich weiß das, oder ich mutmaße, weil ich habe erst mal von deinen Mitarbeiterinnen unglaublich viel Material zur Verfügung gestellt bekommen. Und da war Schnee dabei, oder? Naja, das eine Buch. Es gibt ein Buch, das du, wow, sehr luxuriös, über dein, luxuriös ist das falsche Wort, aber es ist so, was ist das richtige Wort dafür? Hilf mir mal. Also ich meine, immerhin ist es ein Buch über dein Haus. Machst du Bücherraten. Weil er sagte, ich möchte gerne, wenn du ein Buch über dein Haus machst, dass man das lesen will, wie eine Geschichte. Und das war für mich wirklich was ganz Neues. Ich dachte, ich dokumentiere das so ein bisschen, weil ich fand, die Architekten haben das so toll gemacht. Oh, wow. Das sind drei Abbildungen, die diesen Kubus zeigen, von außen mit einer gewissen Entfernung im Schnee. Und mit dem Licht, mit dem Licht der Straßenlaternen ist das nochmal, also es ist sehr eindrucksvoll. Also das ist ein großartiges Architektenpaar gewesen, die das gemacht haben. Sie sind noch Architekten und du hast denen kaum reingequatscht, heißt es. Also ich glaube, die haben gesagt hier, wir haben, du bist ein, zweimal, glaube ich, gekommen, hast du in diesem Buch auch geschrieben, zu der Baustelle. Hast in etwa gesagt, was du willst und dann hast du es laufen lassen. Und die haben was ganz Tolles daraus gemacht. Ja, ich habe denen sehr vertraut. Und weil wir merkten im Gespräch, dass wir so total auf der ähnlichen Linie sind. Und ich merkte auch, ich hätte noch nie gebaut und ich hätte Tipps bekommen von Freunden, du musst also das machen und das und das. Und das hat mich total überfordert und da habe ich die andere Variante gewählt. Und ich merkte auch, dass sie ganz, ganz tolle Lösungen haben, die sich aber auch entwickeln müssen im Laufe der Zeit. So habe ich dann auch abgesehen, so wie Forderungen zu stellen, weil ich dachte, ich hatte sehr genau aufgeschrieben, was ich brauche. Was gehörte dazu? Wahrscheinlich Licht. Ja, Licht von oben. Lagerzugang muss gut sein. Dann zum Beispiel habe ich gesagt, 50 Quadratkilometer Büro, 50 Küche, 50 Schlafen, 120 Werkstatt. Ich hatte so irgendwie so gesagt, ich will überhaupt keine Korridore. Ich will, alles muss verbunden sein, alles muss zueinander besprechbar sein. Wie Zonen, Zonen statt Zimmer. Ja, genau, so war es ganz, ganz genau. Und das hat dann irgendwie gefunkt. Man kann das von außen ein bisschen sehen, immerhin. Also wer durch Moabit läuft, wird irgendwann vielleicht mal an diesem wunderschönen Quader vorbeikommen und wird sich wünschen, dort zu leben. Lotte Lenje hast du mitgebracht. So Rabaya Johnny. Ja, das ist eine richtige Kindheitserinnerung. Also ich wuchs auf in der Familie mit eigentlich einer ganz kleinen Plattensammlung und so noch so ganz einfaches Equipment. Ja, so ein kleiner, einfacher Plattenspieler. Und mein Vater und meine Mutter hörten unglaublich gerne Lieder und Songs und Chansons. Und da war von Lotte Lenje ganz, ganz viel dabei, viel Brecht. Also auch in Versionen von Gisela May oder Milwa zum Beispiel, die auch mit Joshua Strela damals in Paris Sachen aufgeführt hat. Und ich war ziemlich jung, also ich war vielleicht so acht oder neun und hörte das die ganze Zeit und dachte dann auch, das ist ganz toll, weil meine Eltern das auch immer hörten. Und ich habe dann eben ganz viel davon gar nicht richtig so verstanden. Aber es hat mich unheimlich fasziniert. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der Seelen. Die Künstlerin Katharina Grosse ist heute hier zu Gast. Ihre Ausstellung können Sie zurzeit noch bis Januar im Hamburger Bahnhof sehen. Menschen, die nicht in Berlin leben. Der Hamburger Bahnhof ist in Berlin. Das ist etwas irreführend. Also in Freiburg zur Welt gekommen, in Bochum groß geworden. Du hast uns deinen Vater schon kurz vorgestellt, Siegfried, Germanist, Hochschullehrer. Ist er der Autor des Buches Ab morgen mache ich es anders, gute Vorsätze erfolgreich in die Tat umsetzen? Nein, das ist er nicht. Aber er hat sicherlich innerhalb dieser Prämissen, die sich im Titel ergeben, auch gedacht. Also es gibt schon eine protestantische Erziehung und es gab Vorsätze und es gab auch die Lust, aus dem Leben etwas zu machen. Deine Mutter ist Künstlerin? Ja, meine Mutter ist Künstlerin. Barbara, Zeichnungen und Radierungen. Ihr hättet auch 2010, glaube ich, zusammen mal eine Ausstellung. Ja, in Freiburg. Aber ihr Lebensweg ist anders verlaufen. Glaubst du, dass sie das im Hinblick auf dich, also sie würde wahrscheinlich nicht, ich kenne sie ja gar nicht, ich glaube, keine Mutter würde sagen, ach Mann ey, wäre ich doch bloß nicht Mutter oder später Mutter geworden in dem Sinne. Aber glaubst du, sie hätte damals, sie hat ja angefangen Kunst zu studieren und dann mit 19, sie hat geheiratet und ziemlich schnell Kinder bekommen. Hat sie das bereut, nicht länger das vertieft zu haben? Das habe ich nie von ihr gehört. Und ich finde, dass die Arbeit meiner Mutter auch eine sehr, sehr eigenständige und von ihr sehr klar entwickelte Arbeit ist und die gar nicht aus so einem Lebensweg kommt, der mir dann so sehr vertraut wurde, wie studieren und nach draußen gehen und sich erproben und ausstellen und in die Galerien gehen und innerhalb eines bestimmten, eines Marktes oder einer Industrie oder auch einer Szene sich zu entwickeln. Meine Mutter ist eine ganz, ganz eigenständige, für sich reflektierende Person. Aber was ich ganz, ganz toll und interessant finde, was ich immer wieder auch dachte, dass ich schon auch aus dieser Sphäre des Informe komme, also der sogenannten gestischen Kunst, die nicht was wiedergibt, was man sieht, sondern die aus der Geste und aus dem abstrakten Bewegen des Körpers herauskommt. Und da gab es auch im Ruhrgebiet eine Tradition und auch einen Lehrer, bei dem sie auch länger gearbeitet hat, hatte die auch uns mitgegeben. Und ich finde, dass meine Arbeit das in irgendeiner Form auch mitnimmt, was ich durch sie gelernt habe. Es ist aber, es ist jetzt nicht so, dass sie dadurch, dass sie selbst auch gemalt hat, gezeichnet hat, dass es ganz viele Stifte und ganz viele Plätze gab, wo ihr, du hast noch einen Bruder, wo ihr gesessen und miteinander gemalt habt oder so. Nee, also ich habe zwei Brüder und bei uns lebte auch noch der Großvater und ich würde sagen, dass jeder in unserer Familie doch einen großen Einfluss auf uns irgendwie hatte. Auch meine Großmutter, also die Mutter mütterlicherseits, die uns oft besucht hat, war eine eigene Figur, eine sehr, sehr interessante Frau, die Silberschmiedin gewesen ist. Und meine Mutter hat immer dafür gesorgt, dass wir kleine Skizzenbücher hätten, wenn wir auf eine Reise gingen oder wir haben auch manchmal große Sachen gemalt auf den Garagenaußenwand oder solche Dinge. Aber es gab keine so ganz spezifische Förderung in dem Sinne. Also wir haben alle irgendwie so eine ganze Menge Dinge gelernt. Das war unseren Eltern wichtig. Also ich würde sagen, so bildungsbürgerlich würde das wahrscheinlich klingen. Also wir haben alle Instrumente gelernt. Es gab aber im Ruhrgebiet damals eine ganz, ganz tolle, wie soll ich sagen, Initiative, die hieß, jedem Kind ein Instrument. Und man konnte für fünf Mark im Monat Einzelunterricht in einem Instrument haben, ganz egal, wie begabt man war. Und ich war nicht besonders musikalisch begabt, aber ich lernte doch Flöte spielen und spielte das ganz, ganz lange Zeit und lernte darüber unheimlich viel, über zeitgenössische Musik, über kleine Gruppen, in denen man spielte. Ich habe sogar in einem Sinfonieorchester gespielt. Im Ruhrgebiet war das alles so richtig verankert. Du spielst auch Ukulele. Ja, da habe ich es mal versucht, weil ich das so toll fand als Instrument, so portable und so. Auch so einen tollen Klang hat es, wenn man es also als Seiteninstrument richtig lernt. Und da war ich aber dann ein bisschen zu faul, glaube ich. Es hat immer was Lustiges. Die Ukulele hat immer, finde ich, also man könnte jetzt keine, auf einer Beerdigung wäre die total fehlern Platze, weil es immer so ein bisschen was Augenzwinkernes hat. Ich habe sie vor allen Dingen auch gelernt, weil ich eben merkte, Hawaii und dann gingen die nach Neuseeland und es spielen ganz viele Leute Ukulele in dem Stadtteil, in dem ich auch mein Atelier hatte, lange Zeit. Die kommen sehr, sehr viele Leute aus dem Südpazifik. Und da habe ich mir dort zum ersten Mal eine gekauft und da habe ich im Internet gelernt und ich habe mich vor allen Dingen eben auch mit der Ukulele fotografiert. Ich fand, dass es so gut aussah. Also zum Beispiel bin ich da ins Wasser gegangen mit der Ukulele oder mit Sonnenhut, habe ich mich in so einen Baum gehängt und das war so das Motomotiv für einen Sommer. Wie alt warst du da? Naja, das habe ich dann ja jetzt in den letzten Jahren gemacht. Und ich wurde dauernd angesprochen, wenn ich die dabei hatte im Flugzeug. Sind sie so groß und ist das eine Gitarre oder was ist da los? Und dann hast du immer gesagt, nein. Ja, genau. Und da gibt es ja auch diese tolle Szene von Manch mögen es heißen mit Marilyn Monroe. Stimmt. Oder Jimi Hendrix hat ja auf einer einseitigen Ukulele seine ersten Schritte gemacht. Das hat mich natürlich auch unheimlich fasziniert. Wahrscheinlich waren es wirklich Schritte. Diese Skizzenbücher, von denen du sprichst, das finde ich ja, das ist ja schon ungewöhnlich. Das mag für euch normal sein. Aber dass ihr Kinder oder vielleicht auch alle Familienmitglieder, ich habe keine Ahnung, aber du hast es jetzt so formuliert, deine Brüder und du, dass ihr immer Skizzenbücher hattet, bedeutet das, dass ihr da eure Gedanken reingeschrieben habt, Blätter reingeklebt, Eintrittskarten, Fotos oder was ist in diesen Skizzenbüchern gelandet und wo sind die heute? Ja, also ich habe fast nichts gemacht mit den Skizzenbüchern eigentlich. Also meine Mutter hat das als ein Angebot gesehen und hat das dann aber auch irgendwie so vor sich hin schimmern lassen. Und wir haben aber alle viel gemalt als Kinder und wir hatten alle auch so ein bisschen so unsere, wie sagt man das, Signature-Paintings. Also mein Bruder malte, ich habe drei Brüder, also zwei Brüder und der ältere Bruder malte ganz tolle so Vögel mit Eiern, die die in Nester legten. Und ich war spezialisiert auf Fachwerkhäuser, Tornetze und ein Kind im Heu und mein kleinerer Bruder malte immer ganz tolle so Wale, die so Wasser spuckten und so. Also meine Signature, wenn ich das mal ungefragt einwerfen darf, Fachwerkhäuser, Chinesinnen mit einem Zopf, der hinten immer an dem großen Hut klebte. Also das war so meine Faschings-Assoziation als ganz kleines Mädchen. Ich habe gedacht, alle Chinesinnen hätten diese großen Hüte und hinten an diesen Hüten würde so ein ganz langer Zopf kleben. Und Tintenfische. Ja. Ja, sehr, sehr kluge. Ja, kann ich doch nur sagen. Wenn du das sagst, dann werde ich mich doch nochmal einschätzen lassen. Gut. Wir kommen zur nächsten Musik, bevor wir das weiter ausführen. Janis Joplin hast du mitgebracht, Born and Chain. Ja, Janis Joplin war für mich ganz lange oder ist auch immer noch ein ganz großes Idol. Also diese Hemmungslosigkeit, die ich immer vermutet habe bei ihr, die so gepaart ist mit allen Formen der Sensibilität, die so vorkommen können. Und hat von ganz kurzer Zeit in so einem Song auch schon gleich am Anfang. Also man hat nie das Gefühl, dass sie dem Klischee so aufsetzt, was man von ihr vielleicht haben könnte. Und dass sie das immer wieder auch dreht und diese Möglichkeit von so einer ganz zarten Stimme, die dann plötzlich so in den Rock und dann aber auch so abdriftet in die fast Unsinnbarkeit. Das gefällt mir total. Und dann natürlich auch, was sie für sich geclaimt hat. Also die Ansprüche, die eigene Band, die auch Offenheit allen möglichen geschlechtlichen Beziehungen gegenüber. Die Drugs Rock'n'Roll als Frau, also sich dadurch durchzustoßen durch so eine Bildannahme, wie man sein müsste. Das fand ich ganz toll. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Katharina Grosse und im Hintergrund noch mit Janis Joplin, Ball & Chain. Der Song dauert insgesamt neun Minuten, wir mussten irgendeine Stelle finden, an der wir rausgegangen sind. Und wir haben es jetzt hier einfach mal gemacht. Wie was? Das ist mein undisziplinierter Gast. Ja, das stimmt. Flugmodus heißt es. Normalerweise machen wir es so, wenn jemand angerufen wird während einer Aufzeichnung, dann muss er ans Telefon gehen oder vorlesen, was da steht. Nee, hier steht nichts. Hier hat mir jemand ein Zeichen gesendet. Musiknoten, Kopfhörer und ein Glücksblatt. Aha, okay, dann ist es jemand... Wenn das nichts bedeutet. Das kann jedenfalls kein Zufall sein. Ich würde mal sagen, dass es jemand ist, der dir sehr nahe steht, der dich gerne mag und weiß, was du jetzt gerade... Für Qualen durch. Durchleitest. Es ist... Du hast gerade eben beschrieben, wie das für dich als Kind war. Dass es jetzt nicht unbedingt so war, dass alle, so habe ich es zumindest interpretiert, die über die Schulter geguckt haben, wenn du als kleines, geniales Mädchen da über dem Küchentisch irgendwas skizziert hast, sondern du hattest nicht, deiner Meinung nach, nicht mehr oder nicht weniger Talent als deine Brüder vielleicht? Das wurde überhaupt nicht zur Debatte gestellt. Ob wir irgendwas ganz besonders gut oder eine Tendenz zu was hätten, da gab es überhaupt keine Hinweise. Aber es gab durchaus sowas wie ein einheimlich großes Angebot von Dingen, die wir irgendwie lernen können. Also mein Vater hatte ganz stark dieses Gefühl oder meine Mutter auch, die haben das natürlich zusammen gehabt, das, was du eben lernst oder irgendwie kennenlernst, das kann man dir gar nicht mehr wegnehmen. Also das Materielle war in unserer Familie überhaupt keine so große Diskussion in dem Sinne, dass man was haben will, was einen nach außen hin auszeichnet, sondern ich habe zum Beispiel, ich ging sowieso in eine Schule oder wir gingen alle in eine Schule, in der man gut Sprachen lernen konnte. Ich hatte also naturwissenschaftlich nicht so viel gelernt, aber ich habe dann auch doch unheimlich gern Englisch gelernt und ich fand die Verwandlung durch eben auch oder Französisch oder Spanisch, ja, wie man dann plötzlich wird, wenn man eine andere Sprache spricht. Das war ein unheimliches Erlebnis. Und meine Eltern gingen wahnsinnig oft ins Theater. Mit euch als Kind? Ja, mit uns als Kind, ja, weil die Idee war, schaden kann es nicht und Babysitter haben wir nicht. So war ich dann, also ganz jung, vielleicht so sechs oder sieben und mein erstes Stück war der widerspenstigen Zähmung, was ja auch witzig ist, weil die Hauptdarstellerin Katharina heißt. Und dann das zweite weiß ich noch, das war noch unter Schaller, Bochum hatte ja ein ganz tolles Theater. Und dann habe ich gesehen unter Zadek, dass er eins der ersten Stücke war, glaube ich, der Kaufmann von Venedig. Hast du das denn, hast du das verstanden oder war das gar nicht wichtig, dass du das alles so verstehst? Ja, das ist so toll, die Frage, weil du dann natürlich jetzt dich zurückerinnerst und merkst, du hast was verstanden, aber was komplett anderes, als du heute sehen würdest. Und du kannst auch was heute nicht mehr sehen, was du als Kind sahst. Und das ist so toll, dass man das so früh mitbekommen hat. Also ich fand es unheimlich fesseln. Das war ja auch unter Zadek total aufregend. Ja, also da war dann zum Beispiel so eine Gangway in den Zuschauerraum reingemacht aus Schiefer. Und dann gingen die auf Getas da entlang und das machte dann dumm, 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 dumm. Und plötzlich stand der Schauspieler neben dir und spuckte so und war unheimlich aufgeregt. Und dann auch diese Zuspitzung des Konflikts, die bleibt dir als Kind nicht verborgen. Ja, also dass da jemand um die Tochter kämpft oder sich vielleicht Fleisch aus der Brust rausschneiden will und du denkst, dann passiert das jetzt wirklich. Also ist das eine Realität? Ist das etwas, wofür steht das, was du da siehst? Ist ja kein Film. Und es war eine Zeit, in der du kaum Fernsehen hattest oder solche Sachen. Ein ganz kurzer Ausflug auch zu deiner Kunst oder auch zu der aktuellen Ausstellung. Es gibt auch einen Trailer, den man sich ansehen kann. Es gibt mehrere Trailer und Teaser, die man sich ansehen kann von dieser Ausstellung im Hamburger Bahnhof. Bei dem einen sieht man einen Jungen auf dem Skateboard. Der ist vielleicht so neun und fährt durch, fährt über die von dir bemalten Wege, in der Halle, draußen. Und man sieht, er bewegt sich also, wie die meisten anderen auch, aber jetzt dadurch, dass es ein Kind ist, ist es vielleicht nochmal was Besonderes, er bewegt sich innerhalb dieser Kunst und wird es auf seine Art und Weise wahrnehmen. Und es gibt da keine Barriere, keine intellektuelle oder phytonistische Barriere, sondern er wird sagen, er wird vielleicht nicht sowas sagen wie, du, Johann zu seinem Freund, das hat unheimlich viel mit mir gemacht, weil ich gespürt habe das, sondern er wird vielleicht sagen, ich war in einem Museum übrigens und Johann wird vielleicht sagen, oh, das ist doch immer langweilig. Nee, es war ganz anders. Ich bin da durch und es ist ganz farbig und ich konnte da Skateboard fahren und so. Das hat mich erinnert an diese Diskussion, inwieweit in dem Holocaust-Denkmal, in den Stählen, inwieweit da gelebt, sich bewegt, gegessen werden soll. Und immer wenn ich da vorbeifahre, sehe ich da oft auch Familien, die sitzen manchmal auf den Stählen, sie lehnen da, sie haben vielleicht einen Snack in der Hand, die Kinder laufen rum, spielen, verstecken oder fangen oder so. Und ich denke, das ist die beste Möglichkeit, das hat nichts mit Entweihen zu tun, das ist die beste Möglichkeit, Menschen jung an so etwas heranzuführen und ihnen auch diese möglicherweise Scheu zu nehmen, dass da etwas ist, was sie sowieso nicht verstehen oder was so rein intellektuell ist. Ja, ich denke, dass es für alle gilt, auch für die Erwachsenen. Also am allerbesten, und das würde ich mir auch wünschen, dass meine Arbeit das kann, dass sie eben die Leute so schnell reinzieht, bevor sie überhaupt merken, dass sie drin sind, sind sie schon dabei, sich damit zu beschäftigen, zu gucken, zu vergleichen, abzuwägen. Und die können dann gar nicht mehr loslassen, weil da so viel zu sehen ist. Und dann kann der nächste Schritt ja auch kommen. Und je nachdem, welches Wissen man hat über Malerei oder über vielleicht, wie so ein Museum manchmal auch funktioniert und diesmal vielleicht nicht, je nachdem, mit welchem Hintergrundwissen man da kommt, so kann man damit auch was anfangen. Das ist ja eigentlich bei allen Sachen so. Also diversiert wird über Fußball geredet. Die Leute sind total belesen und wir kennen die Mannschaftsaufstellungen, wissen die Taktiken und alles. Und so ist das ja im Museum auch. Da weiß ich halt ein bisschen mehr und da komme ich schon besser klar. Oder vielleicht finde ich es dann schwieriger. Oder auch nicht. Und das ist es ja, dass viele eben diese Hemmschwelle haben, auch Erwachsene. Ich habe die auch. Dass ich so ein Bildungskomplex habe und denke, ich weiß gar nicht so viel. Wenn ich jetzt in die Oper gehe, was sehr selten passiert, dann ist es, dann findet die Musik meistens einen Zugang zu mir. Aber mit Sicherheit bleiben mir bestimmte andere Ebenen verborgen, wenn ich mich nicht inhaltlich vorbereite. Und trotzdem passiert ja etwas mit mir. Und das müsst ihr Künstler ja auch immer aushalten, dass ihr überhaupt keinen Einfluss habt. Ihr lasst es los. Ihr macht etwas und dann lasst ihr es los. Und ihr habt keinen oder ganz wenig Einfluss darauf, wie es antizipiert wird, was gefühlt wird, ob es richtig verstanden wird, ob irgendjemand danach bereichert ist oder sich bedroht fühlt und eine Aggressivität ausgelöst wird. Ob euer Gedanke beim Schöpfen, beim Kreieren solcher Werke überhaupt auch nur annähernd gesehen oder verstanden wird. Naja, ich habe ja gar nichts Spezifisches vor. Also mich interessiert in allererster Linie, wie ein gemaltes Bild erscheinen kann in unserem Leben, in unserer Gesellschaft heute, aktuell. Also wie kann ein gemaltes Bild plötzlich auftauchen? Na, indem man es herholt? Naja, indem man es eben auch überall macht. Das kann, glaube ich, aus meiner Sicht überall sein. Das muss nicht an der Wand sein in einem Haus oder in einem Museum. Es kann auch draußen sein. Es gibt eine ganz, ganz alte Kultur von der Höhlenmalerei über das Fresco, über die Wandmalerei, zu der ich Kontakt habe, die ich aktualisiere, die ich praktisch in die heutige Zeit auch hole. Und meine Aufgabe ist bloß, dafür eine Lösung zu finden, wie das heute gehen kann. Parallel zu den Bildern, die wir über den Bildschirm haben. Ja, das tust du. Und wie du es tust, das besprechen wir gleich im zweiten Teil. Erstmal Big Mama Thornton, Little Red Rooster. Got a little red rooster Radio 1 Hörbar Prost Radio 1 Everybody get up! Everybody get up! Everybody get up! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Uh! Hey, hey, hey! Woo! To me! If you can't hear What I'm trying to say If you can't read From the same page Maybe I'm going down Maybe I'm going down Wenn Sie zu den Menschen gehören, denen auf der A1, auf der Autobahn, mal ein Mädchen auf Rollschuhen entgegenkam, dann war das vielleicht meine heutige Gesprächspartnerin, Katharina Grosse. Du bist mit Rollschuhen auf der A1 entlanggefahren. Na, also das kann ich jetzt nicht erinnern, aber es klingt irgendwie Das waren die autofreien Sonntage. Ja, die autofreien Sonntage waren ein Riesenerlebnis, natürlich, klar. Das weißt du nicht mehr? Ja, es kann sein, vielleicht war ich auf der A1, aber auf jeden Fall waren wir überall mit den Rollschuhen an diesen Sonntagen. Okay. Nicht mehr vorstellbar heute, oder? Dafür haben wir andere Gründe, warum wir Dinge nicht tun. Ja, das stimmt. Aktuell zumindest. Gab es etwas, was du werden wolltest? Einen Berufswunsch? Als ich aus der Schule kam, dachte ich, ich könnte vielleicht Psychologie studieren. Das interessierte mich auch so ein kleines bisschen, aber dann wusste ich nicht so richtig, was ich machen will. Und meine Mutter hat mich einfach angeregt, mal mit auf so eine Exkursion zu fahren, zum Draußenmalen zwischen meinen Abiturprüfungen. Das habe ich dann gemacht und da hat es irgendwie geklickt. Da habe ich zum ersten Mal gemalt, draußen. Und hast du dir auch gedacht, das will ich machen, das halte ich durch? Nee, genau, das habe ich gar nicht. Also ich habe immer festgestellt, ich mache eine Sache unheimlich intensiv, wenn die mich interessiert, so drei, vier Jahre. Und plötzlich muss dann was anderes kommen. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass das beim Malen so ist. Also ich kannte das Malen als diese Tätigkeit, die man den ganzen Tag macht und wo man auch anfängt zu merken, aha, der Schritt kommt jetzt und das kann ich vielleicht so ändern. Wieso den ganzen Tag? Achso, das kanntest du nicht. Ja, das kannte ich nicht. Also ich kannte das Malen. Ich wusste auch, dass erwachsene Menschen malen. Meine Mutter machte das ja. Aber ich kannte das nicht so, wie ich es dann nachher im Studium kennenlernte. Und als ich da aber diese Exkursion zum Malen mitmachte, dann malte ich so eine Trauerweide irgendwo in so einem Graben. Und der Mann, der mich da hinbrachte, der Lehrer sagte, ich hole dich nachher wieder ab, heute Abend oder so. Und als er dann zurückkam, sagte der, ja, du, diesen Baum, den du da gemalt hast, du könntest auch den auf das Bild machen, der hinter dir steht, den du nicht siehst. Und da dachte ich plötzlich, wow, das ist Malerei. Ich kann alles auf dieses Bild tun. Ich kann da eine Realität konstruieren, die gar nicht um mich herum existiert. Und da machte das bei mir irgendwie plötzlich so eine neue, so eine Zauberwelt auf, wo ich auch dachte, das ist Handeln und Denken und Organisieren und Konzepten machen, Strategie und das aber dann mit dem Körper tun, alles in einem. Im Grunde wie eine Schriftstellerin. Du kannst Welten entstehen lassen. Ja, wie jede Form von Imagination, die dann eben auch das Mitteil der Umgebung, ob durch Musik oder durchs Schreiben oder das Malen oder Filme machen oder Theaterspielen. Es gibt kaum ein Interview, das mit dir geführt wurde, wo nicht das Malen in den Abbruchhäusern irgendwie thematisiert wird. Wahrscheinlich, weil es so einlädt, zu sagen, ja, du hattest ja damals schon als Schülerin, als junges Mädchen einen Hang dazu, Häuser zu bemalen. Denn auch das muss man sagen, es ist ein bisschen traurig, weil letztendlich wird es von dir nie so eine Retrospektive geben können. Weil deine Werke zu groß sind, sehr oft, um weiterzuexistieren. Also die werden dann wieder, die verschwinden, die werden abgezogen oder sie werden übermalt. Und jetzt wirst du natürlich sagen, ja, aber dann verschwinden sie ja nicht, wenn sie übermalt werden. Sie verstecken sich vielleicht nur. Aber schon damals gab es ja offenbar diesen Hang dazu, großflächig, großformatig zu malen. Ja, das hatte ich immer. Ich habe das geliebt, alle Möglichkeiten wahrzunehmen, die auch wirklich da sind und nicht zu sagen, okay, das hört jetzt hier auf. Und ich habe auch auf jede Form von Oberfläche gerne gemalt. Das war nicht so, dass ich jetzt sagte, oh, plötzlich kam ich auf den Putz oder auch im Atelier habe ich oft Sachen ausprobiert auf einem Stuhl oder auf einem Stück Holz oder auf einem Bodenstück oder irgendwas, was rumlag. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, mir steht irgendwas nicht zu. Und hat sich schon mal ein Untergrund geweigert, von dir bemalt zu werden? Ja, also ich habe jedenfalls Widerstand gespürt mit dem Pinsel natürlich, weil du berührst ja den Untergrund, wenn du malst. Das kennt ja jeder, der zu Hause auch mal irgendwie so eine Fußleiste anstreicht und plötzlich von der Fußleiste in die Ecke kommt und dann tropft das komisch und man hat mit dem Pinsel echt Schwierigkeiten, sich über Widerstand und Hindernisse hinwegzusetzen. Und dann habe ich ja angefangen zu spreen und da ist das ganz einfach. Und dann ist es auch ganz schön, aber man kann mit dem Pinsel ja auch so eine Liaison plötzlich eingehen. Es gibt ja dann auch Pinsel und Hand, die sich dann treffen und plötzlich hat man das Gefühl irgendwie wie so ein Paarläufer beim Eiskunstlaufen. Das ist eine hervorragende, dass es irgendwie sehr gut miteinander läuft. Hast du zum Pinsel zurückgefunden oder hast du dich sozusagen getrennt und bist fortan nur noch mit der Pistole unterwegs? Ja, die Pistole ist natürlich eine unglaubliche Waffe auch. Also man kann zielen, man kann treffen, man kann auch ganz weit den Körper ausdehnen, dadurch, dass ich viel mehr Peripherie erreiche. Der Pinsel ist unheimlich intim, das sind ja auch Haare. Was du da gerade beschrieben hast, ist ja fast eine in sich gewendete Wahrnehmung des Malens. Und mich hat das dann sehr, sehr schnell interessiert, wie kann ich ein Bild machen, das unheimlich nah an die anderen Leute drankommt. Also das ist fast so eine Art Aufdringlichkeit auch entwickelt. Und wie hast du dann herausgefunden, ob das auch klappt? Hast du sie beobachtet? Hast du sie gefragt, die Leute? Wie hast du herausgefunden, Nee, ich habe herausgefunden, ob es für mich klappt. Also ob ich dieses Gefühl habe, der... Also wenn du malst, dann beobachtest du ja auch das Bild, wie es aussieht. Du bist ja im Grunde genommen die, die es anguckt und die es macht gleichzeitig. Das ist ja auch ein bisschen komisches Training, aber irgendwann fängst du an, das immer hin und her zu spielen. Wobei du mal sagtest, dass du eigentlich wahrscheinlich blind malst. Ich fand, das ist ein ziemlich interessantes... Vielleicht ist es auch blöd aus einem völlig falschen Zusammenhang, aber ich fand es... Ich würde das gerne mal kurz vorlesen. Ich glaube, das Auge ist nicht wichtig. Ich male wahrscheinlich blind. Ich habe ja auch eine ganz andere Verbindung zu dem, was ich mache, als der, der es nachher anschaut. Es gibt bei mir keine ästhetischen Entscheidungen. Also möglicherweise ist es auch von 2009 ist das... Vielleicht hat sich auch deine Arbeitsweise verändert oder so, aber wenn du jetzt sagst, das Auge... Man stellt sich ja als Laie, als Nichtkünstler oft vor, dass Künstlerinnen, Künstler so versunken sind und tatsächlich sich jetzt gar nicht so kontrollieren beim Erschaffen ihrer Werke, sondern dass sie da im Idealfall so ein bisschen zu einer Synergie eingehen. Oder so eine Symbiose. Das ist natürlich immer ein Hin und Her zwischen Kontrolle und freies Arbeiten. Also ich glaube, das kommt alles vor. Alle Aspekte. Irgendwann kontrolliert man auch, weil man merkt, es läuft hier nicht mehr richtig in die Energie rein. Also man muss die Energie auch bündeln innerhalb einer Arbeit. Das ist bei mir auch was ganz Wichtiges, weil die Arbeiten ja so groß sind, so auseinander gehen, auch nach draußen expandieren, dass ich diesen Freiheitsdrang gleichzeitig auch mit einer Art so Kraft auch noch sättigen kann. Das spielt auch eine große Rolle. Aber gleichzeitig ist es auch so, das wechselt ständig ab innerhalb des Arbeitens. Das geht ganz, ganz schnell auch. Deshalb kann ich es auch nicht so eindeutig beantworten. Also zum Beispiel mache ich was, dadurch entsteht eine vollkommen neue Situation und dann sind die Sachen, die ich vorhin gedacht habe, hinfällig und ich muss neue Entscheidungen treffen während des Malens. Mach das auch. Mach was Neues. Schon wieder habe ich eine neue Situation, auf die muss ich wieder antworten. Und da antworte ich natürlich mit meinen Gefühlen, mit meiner Intuition, mit meinem Sinn für Schnelligkeit, manchmal auch überhastet, manchmal abwartend. Alles kommt vor. Wir reden, falls Sie jetzt erst einschalten zu hören, wir reden über Werke, über Arbeiten, die in der Regel extrem großformatig sind. Ganze Räume, die mit Farben ausgemalt wurden. Stoffe. Ich habe ein Foto gesehen, wow, wie beeindruckend, das muss eine 30 Meter hohe Halle gewesen sein. Ich habe die Menschen, ich habe das so hochgerechnet, wenn diese Menschen ungefähr zwei Meter hoch sind, wie hoch müssen diese, das ist Wahnsinn, das ist unglaublich. Wie lange hast du, nee, das müssen wir gleich machen. Erstmal Musik. Erstmal, erst eins nach dem anderen. Giorgio Gilberto hast du mitgebracht. Warum? Wofür steht der für dich? Das habe ich gerade in Nuss gegessen. Das ist egal, das ist authentisch. Okay, also Giorgio Gilberto ist für mich also eine ganz, ganz, eigentlich fast lange Geschichte. Ich hatte einen ganz engen Freund im Studium, der war sehr Brasilienbegeistert, war immer dort, hatte immer wieder Freundinnen von dort, brachte wahnsinnig viel Musik mit. Da habe ich angefangen, das zu hören. Und das hat mich immer wieder begleitet, auch in meiner, erst war es eine Kassettensammlung, dann eine CD-Sammlung, dann Tonbänder. Und dann habe ich dieses tolle Buch von dem Marc Fischer in die Hand bekommen, wo ist Giorgio Gilberto? Vor ein paar Jahren. Das habe ich gelesen und da stellte sich heraus, dass der so ganz, ganz zurückgezogen lebt, dass er nicht auffindbar ist, dass es so eine Sehnsucht ist, so etwas wie ein Element. Also der reist nach Brasilien und sagt, wo ist er denn? Und fragt immer die Schwester, fragt Freunde. Und dann stellt sich heraus, dass der nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Wie alt ist er jetzt? Ja, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich habe hier eine Aufnahme rausgesucht, die ganz alt, also die bloß zehn Jahre alt ist oder 14 Jahre alt ist, wo er eben in dieser Versunkenheit, dieses total bekannte Lied singt, da hat man das Gefühl, die Art, wie er spricht mit den Seiten und den Tönen, ist so ganz für sich. So absolut der metrische Takt und diese Mathematik, die da irgendwie in dem Lied ist und gleichzeitig die Hingewandtheit zu dem Gefühl, zu dieser Emotion, die unheimlich schwer zu beschreiben ist, Saudaci, also ich spreche nicht Portugiesisch und das berührt mich aber trotzdem. Radio 1, die Hörbar Rost, hörbar-at-radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Die Künstlerin Katharina Grosse ist heute hier zu Gast. Um deinen Lebensweg wenigstens ein bisschen zu skizzieren, also du hattest dieses Erlebnis mit der Trauerweide, du hast draußen gemalt, du hast gemerkt, irgendwas hat Klick gemacht, irgendwas hat gepasst und du hast dann aber erst mal zwei Semester an der Ruhr-Universität studiert. Korrigiere mich, wenn das nicht. Ja klar, ich habe also erst mal Englisch und Kunstgeschichte studiert und gleichzeitig gemalt, um mich zu bewerben an den Akademien und bin dann nach Münster gegangen zum Studieren. Zuerst Münster, 82 bis 86 dann von 86 bis 90 an die Kunstakademie Düsseldorf, wo du heute lehrst? Ja, ich habe da gelehrt, um ganz genau zu sein. Ich habe meine Professur zurückgegeben vor zwei Jahren. Ah, okay. Das war mir zu viel mit dem Reisen und den Ausstellungen und dem Installieren und so weiter. Und ich hatte auch das Gefühl, ich war an einem Punkt angelangt, wo das gut war, dass ich unterrichtet habe und wo jemand anders dann vielleicht übernimmt. Zehn Jahre warst du da, oder wie lange? Ja, ein bisschen weniger und ich war vorher auch in Weißensee. In Weißensee. Also ich habe an verschiedenen Hochschulen gelehrt und da auch echt viel gelernt von den Leuten. War gut. Willst du da einen Haken drunter machen oder ist das erstmal jetzt eine Auszeit? Könntest du dir vorstellen, wieder als Professorin vor Leuten zu stehen? Auch im Moment nicht. Okay. Ist dir eine Frau gefolgt? Also ist deine Stelle für eine weitere Frau wieder frei geworden? Weil das, auch das ist eine Sache, Frauen in der Kunst sind unterrepräsentiert, nach wie vor. Und da du eine sehr erfolgreiche Künstlerin bist, wird dieses Thema oft mit dir besprochen und auch gerne mit dir besprochen, weil du es auch sehr reflektiert betrachtest. Ach, ich finde, wir sind überall nicht mit dabei. Wir werden zu wenig gefragt und sind auch zu wenig dabei, bereit uns zu investieren in den ganzen Gremien, wo Entscheidungen getroffen werden. Ob das jetzt in den Zwischenebenen ist oder in den führenden Gremien in der ganzen Gesellschaft. Und das Interessante ist, dass es in der Kunstwelt eben gar nicht anders ist. Man würde ja vielleicht da denken, es würde fortschrittlicher gedacht und einen Gesellschaftsentwurf geleistet, auch von so einer Hochschule. Das ist aber nicht der Fall. Weil es so in unsere Gesellschaft eingeschrieben ist, dass wir eben nur eine Perspektive kennen und die ist zu wenig für die Komplexität unserer Verflechtung. Du hast gesagt, bereit, dass das nicht genug Frauen bereit sind. So habe ich es zumindest verstanden. Und ich glaube tatsächlich, dass das dummerweise auch ein Aspekt ist, der auch auf alle gesellschaftlichen Bereiche leider oder für alle gesellschaftlichen Bereiche greift. Das eine ist natürlich die Muskulatur eines gewachsenen, beständigen Netzwerks unter Männern und die Standards, die Männer setzen und auch wiedersehen wollen. Das andere aber ist, dass man nicht immer nur den Männern die Vorwürfe machen kann, sondern tatsächlich auch oft Frauen nicht bereit sind oder sich nicht zutrauen, bestimmte Positionen einzunehmen oder bestimmte Schritte zu machen. Naja, es wird ihnen aber natürlich auch nicht entgegengekommen in dem Sinne, dass man sie fördert in ihren ganz besonderen Fähigkeiten. Und es wird ihnen eben auch nichts zugetraut. Selbst wenn du sehr gut bist, wird dir das nicht zugetraut und eine weniger gut qualifizierte männliche Person eventuell vorgezogen. Es wird auch das Werk, das du machst oder die Dinge, die du vorlegst, werden nicht so hoch eingestuft wie die von Männern. Das ist uns allen ja auch klar. Wir sagen hier nichts Neues. Das muss sich aber unbedingt ganz, ganz drastisch ändern. Und ich glaube, dass es generell für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Vielstimmigkeit der Bedürfnisse besser abbilden, in dem, wie wir Entscheidungen dann auch treffen wollen zusammen. Das muss unbedingt geändert werden. Und da ist auch zu wenig Bereitschaft da von allen auch. Also ich finde auch, dass diese Frage einem Mann gestellt werden muss. Ja, ich bin sicher, dass diese Frage, wie geht es denn dir im Kunstmarkt als Mann? Die wird nie gestellt in einem Interview. Aber die ist total wichtig, weil es interessant ist herauszufinden, ob es da vielleicht Privilegien gibt oder die Forderung, die auch jetzt von People of Color kommt und zwar in einer interessanten Weise zu sagen, erzähl du mir mal, wo deine Vorteile liegen, weil wir hier daraus Nachteile haben. Dann kommt man zu einer besseren Abbildung der Situation. Ja, interessant. Das stimmt. Ich habe mir neulich mal überlegt, wenn ich jetzt so meinen Lebensweg mir anschaue, ich kam deswegen drauf, weil ich mit einem befreundeten Kollegen einen Podcast gemacht habe und der ging so die Station meines Lebens ab. Also wo ich studiert habe und was ich studiert habe und was ich dann gemacht habe und hier eine Sendung und da eine Show und so weiter. Und ich fand es nur lustig, weil es die meisten dieser Sachen gar nicht mehr gibt. Die haben sich aufgelöst, die gibt es nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Aber was mir im Nachhinein so bewusst wurde, ist, dass es immer Männer waren, die die Chefredakteure waren, die die Programmdirektoren waren, die irgendwelche Formate bestimmt haben, die irgendwelche Akademien geleitet haben, die doziert haben oder wie auch immer. Also sicherlich ist das ein bisschen besser geworden. Man ist auf jeden Fall erst die Gesellschaft sensibilisiert dafür. Das ist vielleicht das, was wir jetzt, deswegen müssen wir jetzt damit arbeiten. Deswegen müssen wir das jetzt in Bewegung halten. Aber so richtig große Erfolge sind, glaube ich, bislang ausgeblieben. Jetzt wenn man, ich weiß nicht, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht. Ich bin ja darauf gekommen, weil wir über Düsseldorf gesprochen haben und das sind, glaube ich, 70 männliche Dozenten und 20 weibliche oder so. Das ist also immer noch ein Missverhältnis. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber in etwa ist es so. Ja, ich glaube, dass es auch unterschätzt wird, was es für große Erneuerungen und Vorteile dadurch geben könnte. Wir sollten uns nicht auf diese Idee des sogenannten Geschlechterkampfs so versteifen. Ich glaube, das ist so, die Wundertüte ist einfach noch gar nicht ausgepackt. Und die Versuchung, Leute, die nicht mitsprechen oder Meinungen nicht zu hören, die ganz leise geäußert werden, ist unheimlich groß, weil man eben denkt, Mensch, kommt mal in die Pötte und wer sagt denn jetzt was. Und dann sind es eben ganz selten wirklich ganz interessante Sachen, die sofort kommen. Und dann braucht ein kleines bisschen andere Moderation, um sowas auch rauszuziehen aus der größeren Gruppe. Also die Bedingungen, um gemeinsam so eine Art freiheitliches Teilen zu erwirken für uns alle, ist einfach, dass alle mit dabei sind. Sonst geht es immer auf Kosten derjenigen, die still sind. Was ist dieses Yes, No, Why, Later? Yes, No, Why, Later? Ja, so ein Abwägen in Eventualitäten. Also auch Möglichkeiten könnten mal so oder später oder jetzt oder lass uns mal gucken. Also die Fähigkeit ganz flexibel und voller Lust auf Überraschung zu beobachten, was ich einstellen könnte. Wir hören dich zusammen mit wem? Schneider. Was heißt, wer ist Schneider? Stefan Schneider. Und das Album heißt Tiergarten. Das wird eine Performance geben. Aber wir hören uns das erst mal an und dann lassen wir uns mal erklären, was dahintersteckt. Radio 1 Hörbar Prost Also erstmal muss ich jetzt hier was korrigieren und auch wenn das nicht die aktuellen Zahlen unbedingt sein müssen, aber ich habe mich aus meiner Erinnerung heraus, habe ich das falsch eingeschätzt, wenn wir an die Lehrstühle in Düsseldorf gehen. Die letzten Zahlen, die ich habe, das waren 29 und davon sind vier Frauen. Okay, aber in der Relation ist das in etwa das, was ich skizziert habe. Die Künstlerin Katharina Grosse ist zu Gast und es gibt aktuell im Berliner Hamburger Bahnhof eine Ausstellung, die läuft noch bis zum 10. Januar, It Wasn't Us. Die sollte ursprünglich im April eröffnet werden, dann kam natürlich Corona, alles hat sich ein bisschen verschoben. Wie hast du diese, hattest du Angst, dass es gar nicht dazu kommt? Wie hast du diese erste Zeit wahrgenommen? Nö, also wir haben erstmal alles so gesehen, wie es sich entwickelt. Ganz viele Sachen sind abgesagt oder verschoben worden und wir waren mit dem Hamburger Bahnhof schon so weit, dass wir sehr schnell gedacht haben, bevor der Lockdown kommt, transportieren wir auch die großen skulpturalen Teile und fangen an und machen uns überhaupt keine Gedanken, wann das eröffnet. Und das war ganz, ganz besonders. Also ich hatte dann so eine Art Ateliersituation und habe mich auch vollkommen verabschiedet von so einer Art Deadline und das hat das Arbeiten unheimlich entspannt und mir auch eine Art Atmosphäre beschert, die ich so noch nicht kannte beim Aufbau. Aufbau. Diese großen Gesteinsbrocken, also natürlich sind das keine Gesteinsbrocken, es sind, wie du es gesagt hast, die skulpturalen Elemente. Sind die alle aus Styropor? Ja, das, was in der Halle ist, ist aus Styropor und das wurde vorher gefräst in einer Firma in Hannover. Das sind dann Riesenteile. Wie groß sind die? Ja, so sieben bis acht Meter hoch und dann ist es doch fast 20 Meter lang. Wie kann man sowas transportieren? Ja, in Stücken, in Einzelteilen. Dann wird es zusammengesetzt und ich habe es zum ersten Mal zusammengebaut im Hamburger Bahnhof auch gesehen. Ich hatte es vorher immer nur in Stücken gesehen und habe Teilstücke mit einem heißen Draht scharf geschnitten, weil es aus der Fräse kommt. Dann ist es so wie weich, sieht ein bisschen aus wie ein Stück Seife. Und dann haben wir es im Hamburger Bahnhof zusammengebaut und da nochmal nachgeschnitten. Es hat ja auch so Strukturen wie so Granit oder so. Und dann ist es, wie können wir uns diesen Entstehungsprozess vorstellen? Da ist diese riesengroße Halle, da sind also jetzt diese großen Elemente, die miteinander verbunden sind. Noch ist alles weiß, die Böden, die Decken, alles ist hell. Und dann gibt es den, erinnerst du dich an den großen Moment, oder romantisiere ich das, wenn ich mir jetzt denke, okay, alles ist da aufgebaut und jetzt kommt der Tag, es ist ein Dienstag, du hattest einen guten Kaffee, dein Magen knurrt nicht, du hast deine Sprühpistole ready gemacht und jetzt marschierst du da rein und setzt an. Wo fängst du an dann? Wie geht sowas los? Ach, ich fange einfach irgendwo an und ich bin da auch ganz angstfrei oder erwartungsfrei. Also du hast schon ein, zwei Wochen hinter dir mit Aufbau und Zusammensetzen, da bist du so in der Konzentration und so der Arbeit nahe, dass du da so drin bist, dass du das von außen gar nicht mehr richtig realisierst, was jetzt der nächste Schritt sein muss, sondern du bist da total drin. Zum Fluss. Du bist im Fluss und ich habe dann angefangen mit Weiß, weil der Boden ist ja grau und ich wollte erstmal eine Verbindung zwischen dem Styroporgebilde und dem Boden schaffen und außerdem wird die Farbe unheimlich brillant, wenn die auf einem weißen Untergrund ist. Da habe ich erstmal im Innenraum fast zehn Tage gemalt und du malst dann ja jeden Tag acht, neun Stunden. Du machst gar nichts anderes an dem Tag. Du liest nicht die Zeitung, du machst das Handy nicht auf, du hast keine Diskussionen, keine Meetings, du bist nur dort und arbeitest. Und dann bist du da sehr, sehr verknüpft mit der Arbeit, mit den ganzen verschiedenen Stadien, in denen die war und so weiter. Hast du ein Modell? Also ich versuche mir das vorzustellen. Ja, ja, genau. Du fängst also vor zwei Jahren irgendwann oder vor anderthalb Jahren haben wir angefangen, ein Modell zu machen, ein ganz kleines und haben dann mit ganz, ganz wenig Handgriffen gesagt, okay, so könnte es aussehen. Und je kleiner das Modell ist, desto einfacher ist, eine große Konzeption zu erkennen. Eins zu 100, ja. So groß wie 20, 30 Zentimeter. Und dann haben wir eins gemacht, das war eins zu 50. Und da wurde es schon detaillierter. Da war klar, es muss nach draußen gehen, es wird eine Bodenarbeit sein, auf der was steht, die Türen müssen auf sein, die Rieghalle muss drin sein. Dann fing es an, dass man sich überlegte, okay, sagen die da alle zu, kriegen wir die Erlaubnis. Und weiter habe ich dann aber auch so im Atelier konzipiert, in eins zu zehn, dann in eins zu fünf. Und von jeder Größe des Modells wurden neue Entscheidungen getroffen. Für mich ist die Ausstellung eigentlich schon längst da, ja. Das ist auch was Interessantes. Du denkst, das fängt erst im Hamburger Bahnhof an, dann ernst zu werden. Aber du bist schon seit ganz langer Zeit dabei, das zu entwickeln. Deshalb ist das für dich gar nicht so ein plötzlich neuer Moment. Da sind die Böden, die Decken, die Wände, mit einbezogen. Es geht an die Außenfassade, die Rieghallen, 300 Meter lang. Ich glaube, da ist eine dünne Folie drunter. Ja, ja, es gibt immer so ein paar Trennschichten, sodass man das nachher wieder alles zurückbauen kann. Die Arbeit kommt nachher in die Tonne nach der Ausstellung. Ist das auch manchmal eine Erleichterung, dass etwas verschwindet? Oder bedauerst du das in der Regel sehr? Nee, das bedauere ich nicht. Ich finde das ganz toll, dass so etwas Absurdes und Großes und auch Großzügiges auch fast in der Gegenwart verglüht. Also da gibt es eine Schönheit innerhalb dieser Wahrnehmung. Und dann finde ich auch ganz toll, das ist ja ein Vorschlag für die Situation da. So könnte es sein. Und dann geht es weg und das macht jemand den Nächsten. Das muss sich also immer wieder ablösen. Immer wieder etwas, was gerade für die Gegenwart gemacht ist, sollte, finde ich, nicht den Anspruch haben, alles zu überdauern. Das muss abgelöst werden durch die nächste Gedankengruppe, durch die nächste Stimme, durch eine neue Perspektive. Und doch gibt es Sachen, die stehen für eine Zeit in der Vergangenheit und die sind unantastbar. So kommt es mir vor. Ich erinnere eine Arbeit von dir in einer Galerie in Modena. Da hast du, das ist ein ganz altes, wunderschönes Haus mit Stuck und Marmor und ganz viel, es bringt ganz viel mit, wo ich mir vorstellen kann, dass die Kuratorinnen und Kuratoren oder der Museumsdirektor, die Museumsdirektorin Schweißperlen auf der Stirn hatten und Albträume, bevor du gekommen bist und dich 30 Mal haben unterschreiben lassen, dass du bitte nicht auf den Stuck und dass du dich bitte nicht dieses Raumes bemächtigst, sondern wirklich nur, du hast da, glaube ich, auf so Flächen. Ja, ich habe sogar, nee, ich habe schon das Ganze im Haus zur Verfügung gehabt. Das war so eine Art Miniatur-Rokoko-Schloss. Und die wussten, dass sie es nachher renommieren würden. Also die wussten genau, was sie da taten. Okay, ja, gut. Aber dass ich die Gegebenheiten so nehme, wie sie sind, das ist bei meinen Arbeiten ganz, ganz oft so. Also Bedingung ist nicht, dass irgendwie alles verschwindet und dann darf ich was da reinsetzen, sondern natürlich gibt es auch den Clash zwischen dem, was da ist und zwischen dem, was ich da reinbringe. Und das macht natürlich auch bei den Arbeiten, die ich für die Museen mache, wie auch im Hamburger Bahnhof, das macht dann auch den Reiz aus, dass da praktisch was miteinander in Konfrontation gerät. Wir müssen noch nachreichen, was wir da zum Schluss gehört haben. Dieses, was so ein bisschen klingt wie so ein Computerspiel. Was war das denn? Ja, das war eine Unterhaltung zwischen Stefan Schneider und mir. Können wir das vielleicht noch mal ganz kurz einblenden? Gibt es diese Möglichkeit? Ja, das war ja ein kurzes Stück. Ja, das war nur ein sehr kurzes Stück, aber ich habe nicht ganz verstanden, in welcher Sprache ihr euch da unterhaltet. In Synthesizerisch. Synthesizerisch. Okay, mal sehen, was du da sagst. Kannst du das übersetzen für mich? Hallo, hier bin ich. Oder sowas ähnliches. Also es ist tatsächlich wie so ein bisschen unterhalten und abwechseln und miteinander immer wieder austauschen. Und das machen wir schon seit längerer Zeit. Erklär mal, was ich mir da vorstellen muss. Steht ihr in einem Raum und wie so ein Kraftwerk? Sozusagen jeder von euch hat so ein paar Kassen vor sich. Ja, unordentlicher als Kraftwerk. Wir haben angefangen, das zu machen bei einem Gespräch, was wir miteinander geführt haben, auf einem Podium. Da haben wir gedacht, nee, so einfach reden, das reicht nicht. Wir machen was mit Klang und wir stellen uns auf Leitern. Damit das so ein bisschen abgehoben wird. Wir verrückten Künstlern. Ja, das war ganz toll. Das hat mich auch sehr erfrischt und plötzlich habe ich mich erinnert, wie schön das ist, Musik zu machen. Und dieser Synthesizer, der hat mir so viele Möglichkeiten gegeben. Dieser unendliche Klang, das Modellieren. Und Stefan hat mir einfach auch so ein Netz ausgebreitet. Da habe ich mich so akzeptiert gefühlt, dass ich ganz, ganz angstfrei in der Performance war. Denn als ich damals als Kind spielte, da war das immer so, ich spiele vielleicht falsch oder es war nicht so der richtige Sound und so. Und hier war das ganz, ganz anders. Alles war möglich mit dem Synthi, so ein kleiner Analog-Synthi, den ich habe. Und dann haben wir in den Installationen gespielt und dann haben wir angefangen, das auch mal auszuentkoppeln aus den Installationen. Und das haben wir zum Beispiel bei mir zu Hause aufgenommen, die Platte. Gut, okay. Das muss noch ein bisschen sacken, bevor ich das, das Album heißt Tiergarten. Ja, das heißt Tiergarten, weil es so, manchmal reden wir so über Texte, die wir lesen, wenn wir uns sehen und da synchronisieren wir uns irgendwie. Und dann spielen wir meistens was ganz, ganz daraus hervorgehendes. Und Tiergarten ist so, auch aus dieser Erinnerung von Benjamin und seiner Kindheit, wo er eben darüber spricht, wie schwer es ist, sich vorsätzlich in der Stadt zu verlaufen. Aha. Denn in der Landschaft ist das ja möglich und könnte in der Stadt vielleicht man auch anfangen, den Straßennamen genauso wie ein Zeichen zu deuten, wie ein knickender Ast oder das fahle Licht, was um fünf Uhr durch die Bäume scheint oder so. Und das haben wir plötzlich auch interessant gefunden, wie wir miteinander sprechen mit den Instrumenten. Verlaufen wir uns? Begegnen wir uns? Wie tauschen wir uns aus? Was verhandeln wir hier mit der Musik und mit dem Klang oder mit der Energie, die wir da aufeinander zusteuern? Und sind, wenn wir von einem Album sprechen, gibt es also verschiedene Stücke und sind die alle so ähnlich? Ja, die sind schon alle natürlich in irgendeiner Form aus derselben Zeit. Wir haben das in ein oder zwei Tagen aufgenommen, aber das ist jetzt sehr, sehr kurz. Es gibt welche, die sind ganz lang und entwickeln sich. Aber wir machen auch keine Stücke. Entschuldige. Also ich nehme, bitte, das ist genau ein ganz tolles Stichwort. Also es sind keine Lieder oder keine komponierten Dinge, sondern Gespräche, Dialoge. Es ist so eine Art Fluss, so eine Art Soundfluss, der wie so eine telepathische Kommunikation funktioniert. Das ist ganz sonderbar. Das macht unheimlich Spaß. Und wir machen das jetzt auch im Hamburger Bahnhof. So, das ist das Stichwort. Wann macht ihr das? Am 13. September. Und wir werden da an drei verschiedenen Slots ungefähr 20 Minuten jeweils spielen. Im Hamburger Bahnhof? Im Hamburger Bahnhof, ja. Und zwar in der Installation. Also drunter, drüber, daneben, da drauf. Wir haben verschiedene kleine Stationen, an denen wir dann sind. Aha. Wir sind auch dabei, das zu entwickeln, ehrlich gesagt. Wie ist denn die Art Week? Das ist natürlich jetzt für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, liegt es natürlich oder wahrscheinlich hinter Ihnen und euch. Aber lass uns kurz über die Art Week sprechen. Hast du eine Vorstellung davon, wie das jetzt... Gibt es immer nur diese Slots, die man buchen muss sozusagen, um Corona-gerecht Kunst zu konsumieren? Wie wird das laufen? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe aus den... Ich habe keine Ahnung, wie das laufen wird. Aber es gibt unheimlich viel anzuschauen und ganz tolle Sachen. Also Christian Boros und Karin Boros haben ja mit Berghain zusammen Studio Berlin mit 85 Künstlerinnen und Künstlern in der Planung. Das wird gigantisch. Oder die Abi-Warbock-Show in dem Haus der Kultur in der Welt. Oder Vivian Sutter in dem Brücke-Museum, wo ich schon ganz lange nicht mehr war, was unbedingt sehen will. Also ich weiß überhaupt nicht, wie die Institutionen das bewältigen wollen. Das ganze Galerie-Programm, die Off-Space ist, ist so viel, so vollgepackt. Schönes Zeichen. Es ist ein gutes Zeichen, dass du überhaupt gar nicht resigniert klingst und zwar gar nicht aus eigenem Stimme. Nein, oder die Biennale, die ja verschoben ist und jetzt stattfindet. Also es wird, glaube ich, super. Support the Arts. Also Hörerinnen und Hörer, falls ihr das jetzt noch, falls ihr das in Echtzeit hört, schaut es euch an und falls nicht, unterstützt die Künste trotzdem. Jetzt haben wir erstmal Steve Reich. Das ist auch so ein Stück, das dauert fast eine halbe Stunde, nein, 19 Minuten, glaube ich. Six Marimbas. Können wir nicht ganz ausspielen. Wofür steht das? Das ist mein Lieblingsinstrument, die Marimba. Das ist so ein tolles, rauchiges Klanginstrument, aber bei Reich ist das wie so ein Cluster im Raum. Ich finde das eine ganz tolle Raumarbeit. Da stehen die sechs großen Marimbas wirklich angeordnet und Reich war für mich auch eine ganz große Entdeckung so in meiner Studienzeit. Also wie man Rhythmus neu anordnen kann, wie so Wiederholungen und Abweichungen funktionieren und ich hatte Freunde, die hatten die ganze Reichssammlung zu Hause. Ich habe mal eine Zeit lang gelebt mit den Leuten, die mit Alphaville liiert waren, damals ja Big in Japan, großer Hit in Deutschland und die hatten so eine Art kleine Kommune gebildet, wo Untergruppen sich auch noch entwickeln sollten und ich habe mit einer der Leuten zusammen gewohnt, die eben auch so Computermusik machten und elektronische Musik und der eine, mit dem ich da zusammen wohne, der hatte eine riesige Plattensammlung. Und da wurden mir erst mal Sachen klar, die es alle gab. Das musste ich dann richtig entdecken. Musik 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 Die Künstlerin Katharina Grosse ist zu Gast und ihre Ausstellung It Wasn't Us ist noch. Warum eigentlich It Wasn't Us? Naja, das hat jeder von uns schon mal gesagt, oder? Ich war es nicht. Ich war nicht da. Und dann kriegt das eine ganz besondere Ausprägung. Jeder, der das sagt, hat dann seine Gründe dafür. Das reicht schon als Erklärung. Ja, das reicht schon, um das Gehirn in Gang zu bringen. Und dann ist man in der Ausstellung. Und der Titel hat mit der Ausstellung gar nichts zu tun. Ach so, natürlich. Gut. Apropos gar nichts zu tun. Wir verlosen dreimal zwei Karten, dreimal zwei Eintrittskarten. Und die Kunstwelt wartet jetzt natürlich sofort darauf, weil alle, ein paar Leute denken bestimmt, sie wissen alles über dich. Und wir können nur sagen, wir haben uns jetzt was ausgedacht, was wirklich gar nichts mit Wissen zu tun hat. Sondern jetzt kommt so eine Multiple-Choice-Frage, die aber anknüpft an eine schöne Geschichte. Und die Geschichte geht so. Ach, als ich mich bewarb in Düsseldorf, bin ich abends mit einer Freundin ins Füchschen gegangen, tolle Brauerei, und habe dort was gegessen. Und man sitzt da immer zusammen an den Tischen. Und plötzlich ist dann neben uns ein älterer Herr, der sagt, ich bezahle für euch. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja toll. Die Kunstwelt in Düsseldorf und die normale Welt ist so verbunden. Der fragt, was macht ihr denn hier, Mädchen? Und so, ja, wir sind von der Akademie. Und dann hat er unsere Rechnung bezahlt. Weil er einfach wusste, wenig Kunst, wenig Geld und so. Keine Ahnung, das gehört so ein bisschen dazu. Ja, man ist da doch sehr, sehr alltäglich im Umgang mit der Kunst. Jeder hat zu Hause Originale, ob das irgendwie eine Grafik von Beuys ist oder von Uecker. Wenn ich da als Studentin irgendwo gearbeitet habe in den Haushalten, habe ich immer gesehen, die Leute hatten da Originale und waren auch verbunden mit der Akademie. Was hast du in den Haushalten gemacht? Gute Frage, ja. Meine Mutter hat auch immer sich gewundert, dass ich im Haushalt... Na, ich habe das Schönbad gesäubert mal eine Zeit lang von jemandem oder die Bibliothek entstaubt oder solche Dinge, nützliches. Ja, interessant. Gut, also und unsere Preisfrage lautet, was hat sie denn gegessen mit ihrer Freundin als dieser nette Herr? Übrigens war das keine schlüpfrige Situation, sondern einfach nur Support the Arts. Da ist es wieder. Also wenn Sie jemanden sehen in Berlin, der aussieht wie ein Künstler, fragen Sie lieber vorher noch. Es könnte auch jemand sein, der überhaupt nichts mit Kunst zu tun hat oder die. Aber ansonsten laden Sie, Sie oder Ihnen doch einfach mal ein, wenn Sie es gerade, wenn Sie gerade ein bisschen Geld übrig haben. Das ist nämlich eine schöne Aktion. Was habt ihr gegessen? War das A, ich habe mir doch hier was aufgeschrieben, eine Schlachtplatte? War das B, Spiegeleier? Oder waren es C, Penne, Gorgonzola? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar.radio1.de. Bitte auch Ihre Telefonnummer draufschreiben, damit wir Sie benachrichtigen können telefonisch, wenn Sie gewinnen. So, und für all diejenigen, die nicht das Glück haben, umsonst da reinzukommen, ist gar nicht so schlimm, weil es ist auch wirklich nicht teuer. Die Ausstellung läuft noch bis zum 10. Januar im Hamburger Bahnhof in Berlin. Der Eintritt kostet 8, er mäßigt 4 Euro, das ist wirklich wenig. Montags ist das Ganze dicht, ansonsten täglich ab 10 geöffnet, 10 bis 18 Uhr. Nur Donnerstag dann bis 20 Uhr. So, das kann natürlich jeder von euch und von Ihnen noch im Internet nachschauen und sich überhaupt über das Gesamtwerk von Katharina Große schlau machen, wenn ihr es nicht schon wisst. Ich danke dir jedenfalls für kurzweilige zwei Stunden. Wir steigen aus mit Antonio Vivaldi, mit dem Sommer, der nun wirklich hinter uns liegt. Jetzt kommt die schönste Zeit, findest du nicht, dieser Übergang zum Herbst? Ja, alle Übergänge finde ich toll, ja. Aber ich habe was für dich dabei und zwar habe ich für dich mitgebracht, erstens mal den magischen Stift. Oh, wie toll, wenn sich jetzt so Riesentüren öffnet. Der magische Stift mit vielen Farben in einem Stift. Danke. Und dann habe ich dir mitgebracht den Katalog, der ist nämlich gerade aus der Presse gekommen, da habe ich gedacht, vielleicht ist das toll. Das freut mich wirklich. Der ist nämlich auch sehr, sehr schön geworden. Und der ist sehr farbig und wunderschön. Allseitig bedruckt, sogar der Schnitt. Und da sind unheimlich viele Bilder drin, tolle Texte von ganz vielen verschiedenen Leuten. Und außerdem, wie es aufgebaut ist, ist es auch fotografiert. Ach danke, da freue ich mich sehr drüber. Ich bin sehr glücklich und dankbar für diese Möglichkeit, das da zu machen, die Ausstellung auch. Und das kann man im Hamburger Bahnhof, kann man den aber auch kaufen? Den kannst du jetzt kaufen, ab seit letztem Montag, glaube ich. Ach so, wow, das sieht sehr schön aus. Gut, ich danke dir. Und noch ein Stichwort zu Vivaldi, einfach, oder hatten wir es? Ja, das ist einfach so interessant, dass das plötzlich so wie zeitgenössische Musik für mich klingt. Ich habe das nie gehört. Und ich höre seit einiger Zeit ganz, ganz viel im Radio, weil ich so viel Auto fahre. Und da ist mir das immer wieder aufgekommen. Und dann höre ich jetzt richtig, richtig, wie das gebaut ist und wie die ganzen Stimmen übereinander liegen und wie hart auch die Musik ist und programmatisch. Also ich finde das überraschend. Ich danke dir und wünsche dir noch viel Spaß und Erfolg und tolle Leute, die kommen und tolle Fragen, die dir gestellt werden und weiterhin gute Projekte auf deinem Weg. Herzlichen Dank, Katharina, das hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch, vielen Dank. Gut, euch allen Tschüss, ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020